Wir hatten letztendlich auch Wasser. Kommt drauf an, ob es kühl genug in deinem Haus ist. Wir sollten uns also bald mal eine Klimaanlage craften. Na ja, ein Ofen, der hat sozusagen kühle Spenden. Gibt's das echt? Ja. Wie geht das? Du nimmst, du nimmst vier, fünf Steine, sechs Steine halt, äh, acht Steine meine ich, so wie du halt einen Ofen craftest und in die Mitte machst du einen Wassereimer, dann kriegst du halt erstmal diesen kühlsch, also Kühlanlage draus halt. Naja, das sieht genau, also eigentlich ist das ein Ofen, bloß mit einem anderen Crafting-Rezept und der hat irgendwie da in sein Plug-in dann noch so ein paar Sachen eingefügt, dass er sozusagen den Raum kühlt. Also, also nicht, also in Anführungsstrichen kühlt. Super! Oh Gott, das Wasser geht weg! Warum haben wir eigentlich, sollen wir hier Keep Inventory anlassen oder nicht? Ich weiß nicht. Wir, 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 wir lassen's nicht an. Also, ich, wenn, also ich, ich, ich wüsste die Befehle dafür, sozusagen. Also, ich, wenn, also ich, ich, ich wüsste die Befehle dafür, sozusagen. Ja, ich wüsste auch die Befehle dafür. Ja, ich wüsste auch die Befehle dafür. Du bist ja so toll. Ich bin toll, ich weiß. Aber jetzt war ja echt cool. Ihr müsst alle wissen, ne, ich bin uncool. Auf gar keinen Fall abonnieren, weil, deswegen... Ja, wirklich auf gar keinen Fall. Genau. Naja, dann gibt's halt keinen 10 Stunden Livestream. Will ich das überhaupt jemand? Nein, bringt zu viele Eier, wie es geht, okay? Naja. Wir haben, wir sind schon Eier. Ich auch. Zweifel sogar. Und hier hab ich nicht nur... Aber ich hab schon drei. Ich hab sogar zwei, ich hab wirklich zwei Eier hinter. Ach, das hast du also keine Eier? Heute sind wir wieder nix. Ja, bringt mir die Kohle nach Hause. Die Hühnchen, die da vorne waren, bitte nicht töten, weil ich brauch die jetzt. Die haben wir ja mit Eier gelegt. Hoppla. Nein, noch lange nicht. Ich bin noch am MPC, wo ich mich gerade so will. Ja. Hallo? Ja. Hallo. Hallo. So wie? Elfentor? Ich guck mal kurz auf Skype. Okay. Er schreibt Hi. Ja. Ich bin noch da. Hallo. 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 Ist der gemuted? Hat der aufgeliegt oder so? Nein, nein, nein. Nein, der Anruf läuft noch. Merkwürdig. Brauchst du zufällig ne Eisenrüstung, Latex? Ja. Ach, die folgen mir doch mit Samen, bin nicht doof. Ich bringe uns zwei Hühnchen mit, ne? Hm. Sie verrecken vorher. Ne tun sie nicht. Locker. Vergessen. Ich hab vergessen auch. Alter, bist du bescheuert? Quatsch. Boah, Mann. Das ist einfach eins zertreten. Alter, wo sind die denn? Das eine steckt hier im Boden so. Ah, jetzt. Komm, geh in den Boden rein. Bei mir steckt es im Boden fest. Ich hab's, ich hab's. Da musst du einmal rechtsklick machen, sonst musst du es ziehen. Das, das Huhn, das Huhn ist im Boden verreckt. Dann hol das raus. Nein, das ist tot. Dann versuch, dann hol das andere mit. Wo ist jetzt eigentlich das andere Hühnchen hin? Ja, wo ist das hin? Das ist auch tot. Wie, hast du es getötet? Sie kommt. Ja, dann geht doch einfach aus meinem Weg raus. Ich bin es. Direkt. Aua. Jetzt hast du sie getötet. Das Hühnchen ist kommt. Na super! Ey, du bist echt so doof, ne? Man muss doch aus dem Haus raus können. Das kleine Hühnchen ist tot! Hast du es geschlagen, oder was? Nein! Das ist in die Käse. Achtung, es kommt. Du läufst mir immer den Weg! Ich hilf mich noch, Alter, mit meinen 10 Leveln. So, das Hühnchen ist noch einmal geil auf mich. Und jetzt läuft keiner in das Hühnchen rein! Mann! Ich bin hinter dir langgelaufen. Was hast du denn? Ich hab mir gar auf die Hose gerotzt. Oh ja! Mönchhausen? Was war das denn jetzt? Hast du grad gekostet? Oh ja! Ich hab Fackeln, aber ich hab keinen Bock mehr, wenn ich jetzt... Also ich hab... Nicht dein Ernst, Alter! Drei Leben! Drei Leben! Scheiße, nein! Drei Dias! Aber ich werd trotzdem von allen Seiten gerade abgeballert! Ich auch, ich auch! Ich sterbe! Scheiße! Ich mach schnell Fackeln! Wie viel Dias hast du denn? So, der hat den Pilz kaputt gemacht! Arsch! Wozu? Wozu? Wozu hat der den Pilz kaputt gemacht? Das... Dafür töte ich jetzt einen Huhn! Stopp, Huhn! Oh! Es ist untötbar! Ja, das reicht schon! Es läuft einfach weg! Ja, was? Ich krieg hier grad verfickten Schaden! So ein bisschen Unterstützung jetzt! Klappt noch! Okay, dann sammeln wir noch kurz Birkenholz! Nein! Klappt nicht mehr! Was? Ich brinne! Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Das Haus! Nein! Unser Haus brennt! Schnell nimm das wichtigste Zeug aus dem Thrum! Meine Rüssen! Ich werd mein Zeug weg! Nimm noch genug Fleisch mit! Nimm noch Stein mit! Nimm das Bett mit! Nimm das Bett mit! Ja, nimm das Bett mit! Fuck! Alter, das ist doch mal richtig geil! Ich nehm noch was! Aber nimm schon wieder Wasser raus! Ich nehm schnell nochmal Wasser raus! Seid ihr immer noch dran? Ja! Oh, du hättest mit das erleben müssen! Denken wir unser ganzes Haus ist abgefackelt, weil wir das Holz gebaut haben! Achso, nein! Sollste nicht! Aber du hast ja noch genug Wasser! Das soll ich jetzt schaffen! Soll ich für ihn die Luke öffnen? Ja, bitte! Wo seid ihr? Doch öffne bitte! Schnell! Hier, spring runter! Spring runter! Oh, er hat's geschafft! Was hast du gemacht? Wer hat den Block da jetzt hingesetzt? Was für'n Block? Oh, Zombie! Was für'n Hurensohn! Ich geh mal auf Rohstoff-Suche! Wo ist der Typ jetzt hin? Soll er draußen Edeln nicht verrecken? Er ist so ein Hurensohn, er hat die ganzen Feuer ausgemacht und so! Da, da kämmt er da unten, Alter! Ich töte ihn jetzt einfach! Ich hab doch gar nichts gemacht! Soll er seine kleinen Kiddy-Träume doch austräumen und sich freuen und denken, er trollt uns damit irgendwie, was er in keinster Weise irgendwie tut, aber... Ich hör's knacken! Er ist ertrunken! Ha! Was für'n Noob! Wie denn? Hier irgendwo! Ich hab's hier knacken gehört! Voll unauffällig, du Hurensohn! Ach, keine Chance, ne? Keine Rüstung, keine Chance! Kann ich Opa? Da ist er! Ja! Ja! Kann ich Opa! Da hinten ist schließlich auch noch... Oh, da ist er! Wo? Da ist er! Ich glaub, Liv gib ihm ein bisschen Abstand! Nein, natürlich nicht! Doch, er hat mich angegriffen! Hat er? Ja! Ne, aber er scheint auch nicht... Doch, da hinten ist er, da hinten ist er! Scheiße! Der ist am spawnen, da kann ich's nicht machen, Mann! Oh! Einer deiner Herzen! Einer sagt zu essen! Scheiße, wo ist der? Fuck! Ey, vielleicht ist er jetzt wieder da, wo du ihm begegnet bist! Wo ist der denn? Ich geb die ganze Zeit ein, aber er ist nie da, wo er sein sollte! Wo muss ich langrennen, wo muss ich langrennen? Naja, wenn er sich dann nicht cool fühlt! Du hast mich geschlagen! Na, sorry, so! Ja! Hier, schlägt um sich! Pass auf, ey, pass auf! Wir dürfen uns nicht gegenseitig schlagen! Tch! Warte, er ist da oben! Ne, er ist hier, hier! Er ist hier! Oh! Naja, er leftet ja! Warte! Das ist aber uneffektiv irgendwie! Ja! Das ist praktisch! So, ihr habt gerade das Best-of von Solarcullips Staffel 3 gesehen und ich will einfach mal von euch wissen, wie es euch gefallen hat! Also, schreibt es in die Kommentare! Ich kann nur sagen, es ist halt ungefähr, keine Ahnung, 7-8 Stunden gedauert, das zu machen! Jetzt habe ich das nicht alles in einem Tag gemacht! Aber ich musste mir ja nochmal die ganze Solarcullips angucken und dies, das machen und so! Ja! Auf jeden Fall fand ich, es war eine ganz coole Staffel mit vielen coolen Stellen und... Ja! Was kann man da noch sagen? Eigentlich nichts! Ich sag dann Tschüss! Wir sehen uns dann beim nächsten Video! Ciao!